Eugenio Carlo war ein italienischer Partisan und NS-Widerstandskämpfer. Leben Carlo ist ein offizieller Held Italiens. Geboren in Pisa als Sohn einer alteingesessenen jüdischen Familie wurde ihm nach dem Tode die goldene Tapferkeitsmedaille verliehen. Die größte Ehre für Helden in Italien. Eugenio Carlo war ein italienischer Partisan und zweiter Anführer der Partisanendivision Pio Borrari, die die Deutschen in den Casentino-Bergen in der Toskana bekämpfte. Als ein jüdisches Opfer des italienischen Faschismus während des Zweiten Weltkrieges verlor er seine Werkstatt, sein Heim und seine Familie. Im Alter von 38 Jahren wurde Carlo von den Deutschen gefangen, gefoltert und getötet. Nach dem 8. September 1943 wurde den deutschen Invasionsstreitkräften von höchster Stelle befohlen, weder die Genfer Konventionen noch die normalen Kriegsgesetze zu respektieren und keinerlei Gnade gegenüber der Zivilbevölkerung zu zeigen. Die deutsche Führung versprach Schutz gegen jegliche Beschuldigungen der Brutalität. Ein spezieller Befehl wurde gegeben, Bewaffnete zu foltern und zu töten und die unbewaffnete Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Für jeden toten Deutschen sollten zehn italienische Zivilisten getötet werden. Gemäß diesem Befehl wurden alle Männer von San Polo zusammengetrieben und zur Villa Mancini, wo die deutschen Offiziere beherbergt waren, geschafft. Dort wurden die Partisanen brutal geschlagen und gefoltert. Eugenio und Angelos, die beide Informationen zu den militärischen Plänen der Alliierten hatten, sprachen nicht. Am Ende des Tages wurden die Partisanen verwundet und kaum mehr am Leben. Zusammen mit den gefangenen Männern des Dorfes 48 insgesamt zu einem nahegelegenen Feld im Garten hinter der Villa Giglioso, die von deutschen Soldaten besetzt wurde, geschafft. Die Zivilisten wurden gezwungen drei Erdelöcher zu graben, in die sie anschließend lebend hineingeworfen wurden. Die Partisanen wurden mit dem Kopf über der Erde und mit Sprengstoff, der an ihren Körpern befestigt wurde, ebenfalls in die Gruben gestellt. Anschließend wurden alle in die Luft gesprengt. Die Deutschen erlaubten niemandem, die Toten zu begraben. Goldene Tapferkeitsmedaille Eugenio rettete das Leben von circa 30 gefangenen deutschen Soldaten und bestand auf eine humane Behandlung. Obwohl seine eigene Familie nur wenige Monate zuvor gefangen genommen und nach Auschwitz deportiert wurden. Für seine militärischen Aktivitäten gegen die Deutschen als ein Mitglied der Resistenzschar. Seinen Beitrag als zweiter Befehlshaber der Pio Bori Partisanen Division, die die Kassension Berge in der Toskana patrouillierten. Für seinen Mut und seine Menschlichkeit wurde Eugenio Carlo im Jahr 1947 posthum die größte Ehre für militärischen Heldentum in Italien verliehen. Die Tapferkeitsmedaille in Gold. Eugenio bezahlte seine Tapferkeit mit seinem Leben. Er wurde von deutschen Soldaten gefoltert und anschließend getötet. Dem San Polo Massaker wird ebenso wie die Befreiung von Arezzo am 16. Juli 1944 alljährlich gedacht. Lokale Religions, Zivil- und Militärverbände nehmen an der Feier teil. In Arezzo und Florenz gibt es Straßen, die den Namen von Eugenio und Angelo beinhalten. In der Stadt Quarate nahe Arezzo gibt es eine nach Eugenio Carlo benannte Schule. Referenzen und Bibliografie Original Research bei Eugenio Carlo's Nephew Taglioso Nino N.S.H. Amulixuami Fuorchi esui Monti della Pennino Toscano Antonio Corina D. Badiali Arezzo 1957 Arezzo distrota 1943-44 Enzo Droandi Kaloschi Editore Cortona 1995 1995 50.